Einmal Mafia, immer Mafia. Eine Bruderschaft, wo es keine Verräter gibt. So ist zumindest die Wunschvorstellung innerhalb gewisser Kreise. Doch was macht man, wenn einer, der eigentlich das Sagen hat, seine Leute verrät? Ja, in der heutigen Geschichte besprechen wir das. René Enriquez war anfangs ein Kleinkrimineller, doch er arbeitete sich in den Straßen hoch. Ziemlich viele Kriminelle landen in ihrer Laufbahn im Gefängnis und so war es auch bei René. Doch das Gefängnis war ein Sprungbrett für ihn. Er verübte des öfteren Jobs für die mexikanische Mafia. René bewies seine Loyalität als er im Gefängnis war. Daher war es kein Wunder, dass als er freikam, er ein Teil der Mafia wurde. Er wurde sogar zu einer ziemlich rankhohen Person innerhalb der Mafia. Doch als es heiß um ihn wurde, traf er eine Entscheidung für sich. Ja, wenn ihr Bock auf diese Geschichte habt, rate ich euch dran zu bleiben. Mit einem Like würdet ihr mich extrem unterstützen und dann starten wir in die Geschichte. René Enriquez wurde am 7. Juli 1962 in Los Angeles geboren. Er lebte ein bisschen außerhalb von L.A. Seine Nachbarschaft war nicht arm, aber auch nicht reich. Es war sowas wie der Inbegriff der Mittelklasse. Seine Familie musste sich aber erst in die Mittelklasse hocharbeiten. Der Lifestyle, den sie leben durften, hatten sie dem Vater zu verdanken. Er war ein richtiges Arbeitstier, der aus ärmlichen Verhältnissen stammte. Das schreckte ihn aber nicht ab und er ließ sich auch nicht aufhalten. Er lernte dann seine Frau kennen und zusammen starteten sie ein Geschäft. Das glückliche Paar bekam dann insgesamt 5 Kinder. Die Eltern gaben immer ihr Bestmögliches für ihre Kinder. Sie wollten ihnen das ermöglichen, was sie nicht hatten. Der Vater hatte immer die Hoffnung, dass seine Kinder eines Tages in seine Fußstapfen treten werden. Der Traum der glücklichen Familie war eigentlich nicht weit weg. Doch wenn man 5 Kinder hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass es einen Problemfall geben wird. Manchmal sind es nur kleine Probleme, aber es gibt halt auch richtige Extremfälle. Ich spreche hier von René. Er war in seiner Kindheit eigentlich ein vielversprechender Junge. Er machte seine Schule gut und er war eigentlich immer nett. René kam dann aber im Alter von 11 Jahren schon auf die schiefe Bahn. Er fing mit dem Stehlen an und mit 12 trat er schon der ersten Gang bei. Sein Gangstername war Boxer. Nach dem Beitritt der Gang war sein Schicksal eigentlich besiegelt. Es war klar, dass er nicht ins Familiengeschäft einsteigen würde. Sein Weg war nun die Straße. Er wurde schon mit 14 drohensüchtig und um sich seine Lifestyle zu finanzieren, machte er Raubüberfälle. Er vernachlässigte auch das letzte, was ihn wieder auf einen normalen Weg bringen hätte können. Die Schule. René verließ die Schule in der 9. Klasse. Er war so ziemlich an allen Ereignissen beteiligt, die die Straße zu bieten hatte. Schießereien, Raubüberfälle und Schlägerei standen nun bei ihm an der Tagesordnung. Seine Haupteinnahmequelle war das Überfallen von Supermärkten. Also er machte nicht einmal Halt vor Leuten, die mit der Unterwelt nichts am Hut hatten. In 1981 kam dann der Schlussstrich. Die Polizei war ihm schon länger auf den Fersen. Sie konnten ihm dann 21 bewaffnete Überfälle nachweisen. Er wurde verhaftet und vor Gericht gestellt. Seine Strafe sollten 9 Jahre im Gefängnis sein. Als er ins Gefängnis kam, änderte sich die Lage sofort. Er wurde von hochrangigen Mitgliedern der mexikanischen Mafia kontaktiert. Sie baten ihn um einen Gefallen. Der Gefallen war nicht irgendwas. Er sollte einen anderen Insassen ausschalten. René machte alles, was die Mafia von ihm wollte. So konnte er das Vertrauen von der Mafia gewinnen. Das wurde dann im Jahre 1985 belohnt. Man kann nicht einfach so der Mafia beitreten. Man muss sich dafür beweisen. René tat das immer wieder und so durfte er ihnen endlich beitreten. Das war schon eine große Sache für ihn. Er kam von einer kleinen Street Gang und nun war er ein Mitglied einer extrem mächtigen Organisation. René hatte ein Ziel vor seinen Augen. Er wollte sich nach ganz oben arbeiten. René wurde dann auch im Jahre 1988 auf Bewährung freigelassen. Nach seiner Freilassung konzentrierte er sich nur noch auf die Mafia. Er war zwar ein Mitglied, aber er war sowas wie der Laufbusche. Seine Aufgaben waren sowas wie Schutzgeld einsammeln oder so weiter. Seine Zeit in Freiheit war aber nur begrenzt. Er wurde zwei Jahre nach der Freilassung wiederverhaftet aufgrund eines Doppelmordes. Während er in der U-Haft saß, konnte er sich immer noch nicht aus Schwierigkeiten raushalten. Er kam wieder in eine Auseinandersetzung mit zwei Gangstern, die die Mafia nicht respektierten. Dieses Mal überlebten seine Opfer. In 1993 wurde über das Schicksal von René entschieden. Der Richter und die Jury waren sich einig, dass man René in diesem Zustand nicht auf die Straßen lassen konnte. Er wurde dann für eine lebenslängliche Haftstrafe nach Pelican Bay geschickt. René wusste, dass er sich in Pelican Bay keine Fehler erlauben durfte. Er entschied sich noch gewissenloser zu werden. René baute sich dann im Knast ein Drogen- und ein Geldwäschenetzwerk auf, was ihm so einiges an Kohle einbrachte. Man muss halt dazu sagen, dass er sogar in Einzelhaft steckte. Er war 23 Stunden am Tag eingesperrt, aber es war ihm trotzdem möglich, so eine Organisation zu leiten. René wurde zu einer der mächtigsten Personen im Gefängnis. Die Mafia bekam natürlich auch alles mit und sie machten René zu einem hohen Mitglied. Er fühlte sich so geehrt, dass er sich eine schwarze Hand auf seine Brust tätowieren ließ. Das ist einfach ein Tattoo, was Personen zeigen soll, dass er ein Teil der Mafia ist. René war nach dem Aufstieg bei der Mafia in und außerhalb des Gefängnisses eine mächtige Person. Er kontrollierte auch, wie sich die Mafia auf den Straßen verhielt. Doch René veränderte sich über die Jahre. Er war zu diesem Zeitpunkt schon über ein Jahrzehnt im Gefängnis und ein Teil der Mafia. Nicht nur er veränderte sich, auch die Mafia erneuerte sich. Mittlerweile wurde teilweise sogar der Ehrenkodex gebrochen, dass man auf keine Kinder geht. Doch das war nicht das Einzige. René hörte über Umwege, dass einige Personen der Mafia nicht damit einverstanden sind, was er macht. Änderte sich René wirklich oder wurde es ihm einfach zu heiß? Er entschied sich auf jeden Fall dazu, die Mafia zu verlassen. Ab dem Jahre 2002 war er kein Mitglied mehr. Man verlässt nicht einfach so die Mafia. Es gibt zwei Wege, um sie zu verlassen. Der Tod oder die Polizei. René entschied sich für Letzteres und er arbeitete direkt danach mit der Polizei zusammen. Er packte alles aus, was er wusste. Und das war eine Menge, denn er war über 20 Jahre dabei. Das war damals eine Rarität für die Polizei. Es gab fast niemanden, der in diesem Bereich so viel auspackte wie René. René gab den Ermittlern so viele Informationen, dass es eine Katastrophe für die Mafia war. Er erklärte ihnen die Symbole, die Tattoos, die Geheimsprache, einfach alles. René sagte ihnen auch, wer gerade an der Macht war und wie viele dabei sind. Er wurde auch zu unzähligen Gerichtsverhandlungen als Zeuge eingeladen und er sagte jedes Mal, gäng seine alten Brüder aus. René sorgte dafür, dass so einige Gangster hinter Gitter kamen. Doch was hatte er durch diese Zusammenarbeit? Er bekam über 50.000 Dollar und er wurde noch dazu in ein anderes Gefängnis verlegt, wo er unter Schutzhaft stand. Dort bekam er natürlich auch mehr als alle anderen Häftlinge. Seine Zusammenarbeit hatte auch noch andere Faktoren. Er wurde zum Beispiel einmal bei einer Veranstaltung eingeladen, wo nur CEOs waren. Dort wurde er vom Gefängnis zu diesem Event gebracht, nur um den Reichen von seinem Werdegang zu erzählen. Er nutzte seine Haftzeit auch, um seine Lebensgeschichte aufs Blatt zu bringen. René schrieb insgesamt drei Bücher über das Leben in der Mafia. Er ist aber trotzdem bis heute noch in Haft. Aber laut einigen Leuten wird er wahrscheinlich bald rauskommen. Er ist fast 60 Jahre alt. Im Jahre 2019 wurde die Bewährung zum vierten Mal abgelehnt. Daher steht es noch in den Sternen, ob er jemals wieder freikommt. Was haltet ihr davon? Hat er sich durch die Zusammenarbeit eine Freilassung verdient oder sollte er für seine Vergangenheit für immer hinter Gitter bleiben?